Servus, grüß'n hallo, willkommen zurück zu WUF! Ich schlag den Mandu. Ich schlag den Mandu. Äh. Das glaubst aber auch nur du. Warum haben wir schon wieder so eine Muchmap? Warum bin ich schon wieder dahin? Ist eh wurscht, aber es sind unterschiedliche Voraussetzungen. Du bist am Boden. Ja schon, ich möchte das eigentlich gar nicht. Ja, das ist jetzt Abzug mit Ball. Abzug mit Ball haben wir schon wieder. Ballern mag der Mandu ganz fest und hart muss. Was? So, noch ein, zwei Gerätchen bauen. Damit der Mandu auch was zum Abpallern hat. Pallern? Pallern, Pallerschinken, ich weiß nicht. Und wie Wockeltackelt schon wieder ist. Wie Wockeltackelt schon wieder ist. Du musst dich auf einer grundsolide Basis verstehen, okay? Mann doch. Ich hab keine grundsolide Basis. Blöde, blöde, ich find das öde. Warum schreit du Äffchen? Und der Elephant? Haben wir in der Savanna? Tundra. Na, aber schon. Oh, Susanna. Wo ist die Savanna? Was ist mit der Susanna? Ja. Ja, die sind eine Savanna. Ja. So, das ist toll. So mag ich das. Alles hier ein wenig verbinden. Alles ein wenig so da, dass es ein wenig ein Gesicht hat. Manuel, ja, die ersten Waffen sind jetzt fertig. Magst du das testen? Und aus meiner roten Kanone? Schau dir so aus, wie wenn ich Kanonen baue? Ja. Wehe dir. Nein, Spass, ich hab noch nichts fertig. Also, gerade im Moment noch nicht. In ungefähr 10 Sekunden schon. Wieder! Was das Problem an der Lese ist? Wir brauchen brutal für Energie. Das glaube ich gern. Was das Gute ist. Dass du relativ schnell wieder Scheiße gehst. Ja, zwar. Vollfällig. Es macht schon keinen Spaß mehr. Warum? Oh, leg mir am Arsch! Was denn? Boi da. Er hat zuerst da vor Kurken gesetzt. Ich weiß nicht, ob sie hört. Und da ist, burn him down. Burn him down, the river. Und da ist die ganze Zeit. Was ich vermutlich nicht? Nein, das ist das. Was ist das? Das ist das? Das ist das. Die ganze Zeit. Was ist das? Ich will hier mal. Das ist das. Das ist das, was ich vermutlich hierzu verliebt. Das ist das. Mein Gott, ich bin so am Arsch. Warum? Bei dir Sorg? Ah, nur bei dir brennt's. Aaaaah! Ja, brennt's nieder. Jetzt ist's vorbei. Warum? Weil nix mehr, ha? Wie, du hast nix mehr. Keine Energie mehr. Warum, was hab ich kaputt gemacht? Hoppala! Ich muss doch noch was haben! Wer nicht! Keine Energie von plus zwei. Weißt du kein Windrad in meine Baukost, oder was? Ja. Das war's. Ich bin da ausgeliefert. Ah! Ich hab leider nicht so viel Energie, dass ich da jetzt die ganze Zeit draufballern kann. Das tut mir sorry. Ja, ich find's persönlich ganz gut. Kann kotzen. Ja, schon ist's heute alles so! Blutzack! Ach! Die Scheiß-Trumm-Fiech-Teil legt mich in Arsch! Ja, freilich dann brennt ein wenig! Eino! Weil, ist ja grad so schön, gell! Ja! Seh klar! Ich denk mir's eh die ganze Zeit! Mein Gott! Oh mein Gott! Und wenn's die ganze Verteidigung wegschießt, ist's mir scheißegal! Marilf? Ja? Es tut mir leid. Ich weiss schon! Mir auch! Es war sauber, ein Wegläsern! Ich muss jetzt sagen, du bist vor mir dran! Weiss ja, du schwimmst ein bisschen! Schwimmst gar nicht! Ja! Okay, find ich gut! Genau auf den Laser drauf! Das ist meine Kunst! Also wenn das jemand mit Absicht machen möchte, und der schafft's nie! Aber ich, ich kann das! Ja, eh! Ich kann mit Absicht auf so etwas drauf planzen! Was kommt denn jetzt? Pfff! Ha! 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 Die eine, das war aber jetzt schon, Schatz, oder? Ja, das war ein leichter Schatz, ja! Das war April, Schatz! Ja, gut! Aha! Aha! Du, 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 du Schau. Ich meine, dass ich eine Granatenwaffe hätte, mit der ich sauber einlunzen könnte. Weißt du schon? So was? Zumindest weiß ich jetzt einmal, wo mein Viecher steht und das macht mir jetzt auch Spaß. Ich verstehe das. Ich finde das eigentlich auch ganz angenehm. Zumindest brauchen wir ihn jetzt nicht mehr verstecken. Aha, da hier oben ist ein Windrall, sagt er. Nein. Und ich so. Und ich so. Seglas steht da noch, Windrall. Weißt du, ich bin geteppert? Und dann eher so. Na, da bin ich eigentlich nicht ausgegangen. Ja, da prallt alles. Ja, da habe ich Spaß. Mhm, ja. In der Regel habe ich Spaß. Was? Das kann man jetzt auch falsch verstehen. Nein. Ah, Mann du. Der hat Windrall nur in der Regel Spaß. Ja, genau. Der ist eingegangen. Der ist ja ganz klar. Der ist ja ganz klar, einer an den Buckelweide umdrehen. Ja, deine Mama. Ha. Wie war das mit dem Schweigeprojekt? Der ist ja nicht schlecht. Also, ich fühle mich bestätigt. Oh, Manuel. Ah, wissen Sie. Ja. 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 Ah. Ah, scheiße. Da geht er durch. Wie durch. Gut da. Ja, man denkt, ich muss mir wieder einen Sicherheitsschlag machen, weil das gefährlich wird. Du hast vorher gerade meine Waffen zerstört. Wahrscheinlich mehr aus Versehen als mit Absicht, aber ich habe gerade gar nichts. Okay. Okay. Es ist jetzt, äh, sehr... ...dummkläffe. Was zur Helle ist denn dies? Ja, okay. Ja, keine Ahnung. Nein, Leise, aber der bringt gar nichts. Geh wieder um. Okay. Hahaha. Geh wieder um. Ja. Ah, ja. Ja. Da war ja was, oder? Agathe! Heilore! Moin! Der hat da so eine Panzerung, wie sollt der nie da durchkommen? Da weiß ich mir gar nicht, weil die Wabys ausgebaut wird. Du, 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 du... Denken wir so. Dann müssen wir ja ein wenig nachrissen. So, was können wir denn hier auf dem Bau? Moin! Der hat es aber ganz schön geschleppert. Aber du, da am Ende des Horizonts. Irgendem soll ich erwischt. Da hat es aber ganz schön gerabbelt im Karton. Ja, da wollte ich den neuen Waffen bauen. Hat es jetzt erledigt. Stüß-Neu-Waffen, das war es mal wieder. Ok. Dann haben wir ein wenig drauf gebaut. Mhhh! Mhhh! Mhhhhhh! Juuuuuuu! Guck ein, du! Das schmeckt... Das schmeckt... Mhhh! Müller! Das schmeckt! Hehehehe. Ui, der brennt durchs Nieder. Jetzt ist es hin von dem ganzen Ding. Achso, ok. Vielleicht hab ich den Sinn nicht ganz verstanden. Ha, ich wollte gerade schon essen. Das habe ich mir auch noch überlegt. Geil! Und tschüss! Oh nein, auch nicht! Sie haben ihr Ziel leider nicht erreicht. Mhm, dafür bürnt. Bürn, bürn, bürn! Bürn wie Feuer! Das ist unser Wetter! Bürn wie Feuer! Es macht bürn, bürn, bürn! Ich will dich in meinem Zimmer! Das finde ich ganz tefte! Oh ja, oh je, oh ja! Ja, mindestens! Mann, ich mache Surrender! Ich mache Surrender a 20! Ja, ich probiere auch gerade was, ja! Das ist sehr spannend angekommen bei dir! Ja, war's auch! So, dann hatten wir Metallstreben, dass der Manuel wieder wein gibt, zum Tschüssnut! Lalalalalala! Lalalalalala! Oh ja, das gibt's doch nicht! Auch, dass ich da nicht durchbrich! Oh ja! Ja, schatzi! Ich kann jetzt gerade nicht! Ich bin gerade voll im Stress! Ja, so hab ich geschwingt. Ja, hey! Blut-Sakrament! Ah ja, jetzt is ich. Danke. Das macht's jetzt nicht grad einfacher. Mhm. Spielen wir rein schon. Ah, 25 Minuten. Wenn du jetzt noch was hast, dann schon ist. Ich probier's, ich hau nicht. Ich hab nichts mehr. Du hast mir mal eine Kanon gerade zerstört. Ja, mein Gott wird wieder nichts. Das sag ich dir jetzt schon. Ja, dann wird wieder nichts. Ich glaub's eh auch schon gleich. Ich glaub das wird allgemein nichts mehr. Gut, das war's mit mir. Mann, du hast meine Waffen zerstört. Vergiss den Fall. Ich kann nicht mehr aufbauen bis dahin. Tun sie, machen sie. Ja, ich kann nichts. Oh gut, dann bau ich mich doch wieder auf. Ich bin grad machtlos. So dermaßen machtlos. Das ist so toll auf der da. Ich kann keine Waffen nicht bauen, Mann. Ja, ich kann auch nichts bau. Trick 17, bau zack. Okay. Moin. Ich hab's durchbrochen. Was waren das für Vulkanisiermaschinen da? Ah, die da. Du hast da unten gar nicht so viel gehabt. Nein. So, das hat dich getäuscht. Nur Verteidigung. Ah, süß. Leute von heute. Das war's mal wieder bei Folge Forts. Herzlichen guten Schönen, Mann, du. Für diese ewige, lange Folge. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ado, videaci. Und ciao. Tschüssi, Sikowski. Nein, bitte. Tschüssi, Sikowski. Bö upp Elvis. ку Krenne hall. Schuhst, wenn du converted dich nicht und sonstigamam. Hott 2.